Bevor man sich für eine neue Küche entscheidet, sollte man sich die Zeit nehmen, um sich über Trends und Angebote zu informieren. Oft genügt da nicht nur ein Termin, sondern die individuelle und fachgerechte Beratung steht bei Gasper im Sinne des Kunden im Vordergrund. Der Kunde hat hier in der großen und übersichtlichen Ausstellung die Möglichkeit, vor Ort sich von den neuesten Trends, der innovativen Technik und der Ergonomie rund um das gesunde Kochen bei Gasper in Wassernacht zu informieren und sich fachgerecht beraten zu lassen. Die neue Küche wird dann zusammen mit dem Kunden komplett geplant und mithilfe neuester PC-Technik präsentiert. Durch eine 3D-Darstellung am Computer kann der Kunde somit schon im Vorfeld virtuell durch seine zukünftige Traumküche gehen. Die 3D-Animation gibt dem Kunden das Gefühl, als wenn er jetzt schon in seiner neu geplanten Küche stehen würde. In Zusammenarbeit mit kompetenten Fachbetrieben wie Maler, Elektriker, Installateur oder Fliesenleger werden von Gasper somit komplette Raumlösungen angeboten. Hier stehe ich nun in meiner Traumküche der Schreinerei Gasper. Genauso wie sie geplant und entworfen wurde, wurde sie fachgerecht und kompetent realisiert. Das Team von Lothar Gasper übernimmt die komplette Abwicklung der einzelnen Gewerke und der Kunde genießt ohne Terminstress die Fertigstellung seiner Traumküche. Unser großer Vorteil ist ganz einfach, dass wir Schreinerei und Handel unter einem Dach haben. Das ist auch unsere Firmenphilosophie und sie können bei uns alles aus einer Hand bekommen. Wir sind zur Schreinerei Gasper, weil wir eigentlich eine Wohnungsetagentür bestellen wollten. Dabei hat uns in der Ausstellung diese Küche so gut gefallen, dass wir spontan einfach gefragt haben, ginge das auch in unserer Küche, so eine Insellösung einzubauen. Es war nicht so einfach, dies bei uns zu realisieren, weil wir haben zwei Türen, ein Fenster. Aber durch die super Beratung und Planung von Lothar Gasper hat er für uns die Lösung gefunden. Handel und Handwerk unter einem Dach, alles aus einer Hand. Das ist die Firmenphilosophie der Firma Gasper, die Meisterschreiner aus Wassernach am Lacher See. Augen green. Augen green. clouds bon abel.